so wir sind ja am drei Sprung des Ringkanals packen so langsam ein, weil wir die Zügezeit und die Lust am Angeln vergeht das heißt, dass wir fangen konnten, war der 51er Hecht von mir vorhin, den ich auf diesen kleinen Gummifisch von Profiblinker an Land ziehen konnte das war's das mal, bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal